hallo meine lieben und herzlich willkommen zu durchgespielt mein name ist nils und heute spielen wir switch and signal aus dem hause kosmos das ganze ist ein eisenbahnspiel ihr wisst dass ich immer ein fable für eisenbahnspieler habe der twist hier dran ist dass das ganze kooperativ ist bei kooperativen spielen hat man ja oft so dass man gegen das brett gegen die zeit spielt das ist auch hier so wir haben hier oben einen zeitmarker pool es gibt ein paar mehr falls man es einfacher machen will dann hat man hier sieg weichen die werden hier dran symbolisiert man hat diese züge und wir sagen jetzt mal wir kommen hier aus nürnberg und fahren an münchen vorbei dann sieht man hier ist ein signal auf grün wenn es auf rot ist darf ich da nicht raus fahren dann muss ich in die richtung rausfahren in diesem fall ist aber so ich fahre hier lang und dann komme ich an diese weiche und da fährt man immer die offene straße lang wenn im späteren verlauf so ist fahre ich so und würde hier stehen bleiben so läuft es mit diesen signalen wir haben drei verschiedene züge schwarze schnelle braune etwas langsamer grau ganz langsam dann sehen wir hier außenrum noch zahlen das sind sozusagen die einsetzpunkte für die eisenbahnen und wir haben diese aufträge hier es wird genauso sein der flow des games ist dass jeder ein dieser hier umdreht hier zum beispiel setze ein zug deiner wahl ein darum grau braun oder schwarz und danach fahren alle schwarzen achtung grau und schwarz sind nicht immer ganz einfach zu erkennen das sieht man hier immer schön darauf achten dass es alle braunen fahren und alle grauen hier nur alle schwarzen und hier alle von einer farbe die man sich aussucht danach eine andere farbe es müssen immer witzigerweise alle fahren wenn also zwei braune hier auf dem spielbrett sind so dann fahren beide braune also als allererstes dreht man so eine karte rum und führt die eigenschaften davon aus man hat hier 18 karten im spiel man nimmt aber nur 16 plus die startkarte 2 nimmt man raus damit man auch nicht immer genau weiß was passiert wenn es darum geht einen zug einzusetzen sind im verlauf des spiels fast immer diese symbole zu sehen da sucht man sich einen aus sagt man macht den schwarzen würfelt und dann kommt er hier unten auf der 12 rein wenn man was anderes würfelt kommt dann natürlich irgendwo rein sollte es soweit kommen kann ja hier bei den 9 mal passieren man würfelt danach also eine 9 dann passt der nächste da nicht rein schade in dem fall gibt man zwei zeitmarker ab ebenfalls wenn man einen rein tun sollte und keiner ist mehr da muss man ebenfalls zwei zeitmarker abgeben man muss also auch immer versuchen dass genug züge hier sind aber auch nicht zu wenige und so weiter und so fort danach spielen die spieler diese karten aus die es hier zuhauf gibt davon gibt es genau drei verschiedene und jede runde zieht man fünf man hat ein handkarten limit von insgesamt zehn man kann also auch mal eine runde gar nichts machen und da kann man so viele spielen wie man will diese grüne heißt ich darf versetzen ein grünes signal zum beispiel von hier nach hier aber auch von hier nach hier oder aber auch von hier nach hier wie ich möchte das nächste ist diese karte ich darf eine weiche umstellen dann nehme ich immer diese beiden wenn es eine vierer strecke ist und setze sie so hin wie ich möchte sie dürfen nur nicht so liegen bleiben aber dann würde man es halt auch nicht einsetzen also eine karte verschwendet man und hier darf man auch hinsetzen wo man will und last but not least dieses hier bedeutet einen einzigen fahren dann ist es aber nur eine lokomotive da darf man sich aussuchen welche und dann sind es aber nicht alle der farbe das ganze ist ein kooperatives spiel das heißt man kann auch sich zusammen überlegen was man will ich gehe zu die regeln gehen etwas durcheinander das liegt aber daran dass man das spiel wirklich am besten sehen kann wenn es läuft sagen wir mal braun wird hier losgesetzt dann kann braun bis hierhin fahren hier ist das signal aktuell rot man muss also vorher irgendwann mal die karte dahin bringen sollte es so passieren dass es noch so ist und ich komme jetzt zu braun ich hatte ja schon gesagt die würfel sind unterschiedlich grau kann zum beispiel 1 2 oder 3 braun 1 bis 4 und der 2 bis 5 felder fahren ich stehe da und ich würfel eine 1 alles ist perfekt würfel ich jetzt eine 3 dann fahre ich genau ein und habe zwei weitere abgeben muss ich würde also zwei zeitmarker abgeben kommt es dabei dass der pool hier von zeitmarkern auf null oder sogar minus sinkt dann nehme ich eine karte verdeckt hier raus habe also weniger aktion eine runde weniger die ich spiele und es werden oben neue uhren aufgefüllt fährt der zug auf einen anderen auf weil der graue da nicht aus dem weg kommt gehen auch die verlorenen schritte hier in diesem fall drei sofort auf die zeituhr wenn ich hier drin bin muss ich eine karte abgeben um so einen cube auflegen zu können wir kommen nämlich gleich dazu was man macht fährt jetzt rot braun muss ja aber da oben raus also auch ganz schlecht man muss also dann spätestens den setzen und wechseln ziel ist es die ganzen acht cubes die man hat hier nach marseille zu bringen kommt also hier der graue mit einem cube hier in marseille an dann wird abgeladen und der zug geht sofort wieder zurück ins depot eine letzte sache ist noch wichtig und dann fangen wir auch direkt morgen an weil es bringt nichts hier die regeln zu erklären es gibt noch zwei sachen die noch wichtig sind das erste wenn ich in einer der städte ankomme dazu zählen hier die großen städte paris amsterdam nürnberg oder berlin oder auch marseille dann werden überzählige schritte selbst wenn ich hier mit drei reinkommen da stoppe ich immer in den städten die gehen nicht auf mein zeitkonto um den cube aufzuladen muss ich dann aber in dem zwischenschritt nachdem ich diese karte abgehandelt habe eine karte abgeben meiner wahl um aufzuladen eine kurze sache noch zwei karten egal welche müssen noch nicht mal gleich sein in diesem fall waren sie es aber müssen nicht gleich sein sind immer eine aktion meiner wahl und last but not least habe ich hier oben noch drei helfer die mir einmalig während des spiels helfen einmal den farbigen zugwürfel wieder würfel neu einmal hier die bewegung eines einer zugfarbe nicht ausführen und einmal wenn ich hier zwei dinge habe so und da steht jetzt zum beispiel einer drin dann dürfte ein weiterer durchfahren das ist kann man nutzen kommt aber auch ehrlich gesagt selten vor jetzt haben wir auch schon fast aufgebaut aufbauen tut man am besten die erste partie so wie sie ist da ist ja auch im regelbuch eingedruckt jetzt gebe ich gleich noch drei spieler mit denen ich spielen werde je fünf karten mische diese noch einmal nehme zwei davon raus weil zwei nicht mitspielen und dann geht es direkt los bei switch und signal aus dem hause kosmos mein name ist nils ja auch wir sehen uns morgen wenn es dann los geht bis dahin alles gute weil jetzt tschüss